In der Favoritenrolle sieht sich Arsene Wenger ohnehin nicht oft, wenn er vor den Champions-League-Spielen die Presseräume europäischer Top-Clubs betritt. Aber selten wurde seiner Mannschaft vor einem Achtelfinal-Rückspielen so geringe Chancen eingeräumt wie vor dem Duell gegen Bayern München. Der FC Arsenal nach der schmerzhaften 1-3-Niederlage im Hinspiel fast am Boden und mit ihm der Stolz des englischen Fußballs. Erstmals seit 17 Jahren könnten die Viertelfinals der Königsklasse ohne englische Beteiligung stattfinden. Arsenal, die letzte Hoffnung für die Insel, klammert sich an die eigene Vergangenheit. Wir haben sehr viel Erfahrung in der Champions League und in Europa haben wir überall gewonnen. Das heißt, wir haben das Recht an uns zu glauben, denn wir haben die Qualität hier anzutreten. Und davon auszugehen, sowieso rauszufliegen, wäre inakzeptabel. Wir wollen unsere Erfahrung nutzen und unsere Qualität. Und wir wollen an uns glauben. Die Erfahrung ist zwar da, aber die ganz großen Momente in Europa blieben zuletzt aus. Und die Qualität der Mannschaft sinkt stetig. Die Abgänge von Cabregas und von Persi kaum zu verkraften. Gute Spieler werden durch weniger Gute ersetzt. Platz 5 in der Liga. Für das ehemals feste Mitglied der Big Four früher undenkbar. Sogar die Champions League Qualifikation ist in Gefahr. Und nun wartet der FC Bayern in der Topform, die Arsenal so sehr vermisst. Die Tatsache, dass sie in der Meisterschaft so sehr dominieren, gibt ihnen mentale Stärke. Die Mannschaft hat Charisma und keine Zweifel. Überhaupt keine. Das sind die Veränderungen im Vergleich zur vergangenen Saison. Also es ist unsere Aufgabe, für Zweifel in ihren Köpfen zu sorgen. Das geht nur mit einem starken Spiel. Und mindestens drei Toren. Allerdings hat Bayern zu Hause in der Königsklasse noch nie höher als 0 zu 2 verloren. Eine historische Niederlage bei der starken Form der Bayern nicht in Sicht. Stattdessen droht das Aus von Arsenal.